Ja, mit Monday. Kennt ihr mittlerweile, glaube ich. Und dementsprechend braucht ihr von dieser Folge nicht viel erwarten. Wir spielen Turbo Pack. Ein Spiel, was uns noch sehr oft begegnen wird, einfach nur weil ich irgendwie fünf verschiedene Versionen davon habe. Und ich glaube die nächsten Wochen einfach nur die ganzen Mobs-Spiele da spielen werde. Aber hey, ich bring mein Webster auf meinen Kanal. Äh, ja. Character Select können wir bisher nur Gonzo und Edgar ausführen. Okay. Ähm. Was? Was? Ich wollte nicht schon ein Spiel starten. Ich dachte, warum startet der direkt? Ich dachte, ich komme wieder ins Menü. Ähm, ja. Das ist so eine Art Side-Scroll-Jump'n'Run, was ich mit der Tastatur, glaube ich, spielen muss. Weil, ja. Das Gamepad funktioniert nicht. Warum denn auch bei so einem Spiel? Ah, okay. Ich kann auch die Maustaste drücken. Und die Reaktionen von dem Spiel sind grottig. Das ist wirklich Input-Lag von 1000 Millisekunden-Gefühl. Alter. Das ist echt schrecklich. Ich drücke und das springt erst ein paar Sekunden später. Was ist das für ein Spiel? Äh, ist das... Ich drücke Daul. Ach, Spiel. Ach, Spiel. Ah, und das ist jetzt Winter. Ähm. Und warum habe ich jetzt plötzlich Charaktere freigeschaltet? Ich will den... Ich will den Mobs mit dem... Äh... Cape. Weil Capes sind cool. Aber warum habe ich jetzt plötzlich Charaktere? Ich hab... Habe ich jetzt wieder neue Charaktere? Ne, ne, ne. Aber ich kann scheinbar auch eine Katze spielen. Die... Irgendwie Levitation hat. Und warum zerspringt die überhaupt? Was ist das? Was sind das für Charaktere? Die spielen sich alle unterschiedlich. Ah, die wirkt schon eher, als könnte ich mir der... Hat die einen Doppelsprung? Ne, okay. Kam mir nur so vor. Aber die wirkt schon eher, als könnte ich mir der was anfangen. Auch wenn das Spiel nicht gerade leicht ist. Auch. Äh, das wird ne kurze Folge. Das wird ne sehr kurze Folge. Ähm. Ja. Was muss man alles geraucht haben, um solche Spiele zu programmieren? Ich weiß es nicht. Und jetzt habe ich 9 Mobs. Warum habe ich... Warum habe ich 9 Kat als Mobs? Warum existiert dieses Spiel? Warum existiert so ein Spiel? Kann ich irgendwas in der Option machen? Nein. Warum gibt es sowas? Warum entwickeln Menschen solche Sachen? Und warum hat er jetzt einen Doppelsprung gehabt? Ach. Nein. Mobs hat einen Doppelsprung. Und das sind scheinbar immer dieselben Level, aber an unterschiedlichen Stellen, die ich spiele. Weil, guckt mal. Da habe ich vorhin die Möpse eingesammelt und da haben die jetzt gefehlt. Und das sieht mir auch so bekannt aus. Also das sind nicht mal unterschiedliche Level. Ich wurde gerade vom Blitz getroffen. Echt jetzt? Äh. Ups. Nein. Ich wollte nicht pausieren. Okay. Rechtsklick ist Pause. Gut zu wissen. Okay. Mit Doppelsprung kommt man halbwegs weit. Also ich habe gerade meinen besten Run gehabt. Ähm. Habe ich die noch mehr freigeschaltet? Nein. Kann ich nachschauen, wie ich die freischalte? Nein. Weil Superpack. Oder ne, Turbopack heißt das. Superpack ist was anderes. Und der war gerade ganz kurz in Lava und hat dennoch überlebt. Also ich, das ist wirklich der einzig spielbare Charakter. Oder Charakter. Ich sage ja immer Charakter. Dabei ist es falsch. Haben sich auch schon Leute beschwert. Ähm. Vielleicht klappt es mit der Leertaste besser. Nein. Nein. Kannst du gar nicht. Da muss die Maus dran. Die Maus muss dran glauben. Gefühlt ist es auch so. Das Niveau meines Kanals muss dran glauben. Äh. Das Spiel, ey. Das ist schwer. Das ist echt schwer. Also. Das ist wirklich ein Hardcore-Game. Hier muss man wirklich Timing beweisen. Äh. Nebenbei, bevor sich jemand fragt, warum ich fünf verschiedene Versionen von dem Spiel gekauft habe. Es gab bei Bundlestars, vielleicht gibt es das immer noch. Ein Bundle für einen Euro. Und da waren irgendwie so 40 scheiß Spiele dabei. Sorry. Dass ich das jetzt so sage. Vielleicht ist da ja auch was Gutes dabei. Aber halt nicht ganz so hochwertige Spiele. Sagen wir es so. Wie Turbo Pack. Und ich habe mir das halt gekauft, weil ein Euro kommt. Und ich dachte mir, da wird bestimmt was für ein Mad Monday dabei sein. Ich finde ja die Jahreszeiten so schön, vor allem weil der Mops dann seine Farbe anpasst. Der wird dann leicht heller. Und während wir laufen, wird es dann langsam wieder Frühling. Also die Jahreszeiten wechseln hier sehr schnell und auch der Mond, wie schnell der vorbeizieht. Echt jetzt? Wir sind gegen die Decke geknallt und stirbt hier echt von allem. Ich meine, dass man bei einer Kiste stirbt, wenn man gegen ihren Boden knallt, ist echt ein neues Feature. Das gibt es so nicht. Also muss ich echt sagen, 10 von 10, geiles Spiel. Ich muss mir danach mal die Steven Reviews durchlesen. Die sind bestimmt auch super. Ich glaube, ich mache das sogar noch im Video. Weil sonst wird das Video hier ein bisschen kurz. Und ich möchte ja mindestens meine 10 Minuten vollkriegen, um mit Werbung vollzupacken. Nein, ich habe keine Ahnung, wann das überhaupt getriggert wird mit der Werbung. Ach Gottchen. Aber scheinbar hatte ich mal einen besseren Run als den einen und ich bin gerade komplett durchgeglitscht. Weil plötzlich ist hier 1359. Wann hatte ich einen 1359 Run? Ich dachte, der beste wäre dieser 900 Run gewesen. Habe ich hier irgendwie ein neues? Ja, ich habe Weihnachtsmops. Der scheinbar nur sich normal spielt. Okay, ich habe wieder pausiert, weil ich gehofft habe, dass der vielleicht was anderes macht. Und diese Reaktionen vom Spiel sind grottig. Man muss eine Stunde vorher klicken, gefühlt. Ich habe, glaube ich, den normalen Mobs gar nicht gespielt. Aber der spielt sich auch nicht groß unterschiedlich. Also da bleibe ich lieber bei meinem Liebling. Was ist denn das? Keine Ahnung. Mit dem Doppelsprung. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Vielleicht Puck Points. Okay, das klang gerade wie Puck Points. Aber ich meinte Puck Points. Danke. Danke, Blitz. Danke, dass du mein Leben zerstörst. Ich hasse dich auch. Vielleicht mit den Puck Points wird es freigeschaltet. Je nachdem, wie viele Puck Points man hat, desto mehr schaltet man frei. Aber ich frage mich, ob es hier überhaupt ein Level 2 gibt oder sich die Entwickler gedacht haben, ach komm, es gibt doch bestimmt niemanden, der es schafft, das Spiel so weit zu spielen. Also, ihr könnt mir, also das wäre jetzt echt so eine Aktion, die ich gerne machen würde. Schickt mir mal über Twitter oder hier in YouTube kommentieren. Ich müsste es dann halt nur aus dem Spam-Ordner rausnehmen, aber das ist ja kein großes Problem bei den wenigen Kommentaren, die ich habe. Aber das ist jetzt wirklich, schickt mir eure Videos, wie ihr in Turbo-Puck halt spielt und welchen Highscore ihr erreicht. Und, keine Ahnung, der mit dem höchsten Highscore gewinnt dann irgendwas. Ich denke mir irgendwas aus. Also, der bekommt was Schönes von mir. Aber wirklich, schickt mal eure Highscores mit Turbo-Puck, aber halt wirklich als Video, damit ich sehe, wie ihr spielt. Das würde ich halt gern sehen. Vielleicht ist ja irgendwer dabei unter euch, der geskillter ist als ich. Ich glaube, das wird jeder sein. Au. Aber ja. Also, schickt mir einfach mal euren Highscore bei Turbo-Puck als Video. Ist egal, ob das jetzt so ruckelt, eine niedrige Auflösung ist oder sonst was. Hauptsache, es ist halt ein Video. Ihr könnt es von mir aus auch mit dem Handy vom Bildschirm abfilmen. Ist mir... Oh, ich bin mal zu Kreisdien gekommen. Ja. Das ist, glaube ich, so der beste Schluss hierfür. Also... Ah, okay. Bei Quit beendet es sich sogar komplett. Gut zu wissen. Ähm. Ich starte das einfach mal, damit ihr das im Hintergrund habt und lese mal bei den Steam-Reviews. Also, ich muss sagen, sehr positiv. Also, die sind... Obwohl, ich könnte es vielleicht sogar zu euch rüberschalten. Äh... Fensteraufnahme. Nein, nicht in die Automate. So. Jetzt müsstet ihr eigentlich... Theoretisch... Theoretisch solltet ihr jetzt... ...Steam sehen können. Ja, jetzt seht ihr Steam. Ähm... Hi. Also, wir sind jetzt hier bei TurboPack. Im Hintergrund lasse ich einfach mal die Musik davon laufen. Also, ich muss sagen, sehr positiv. Und hier im Trailer sieht man, coole Action geht hier ab. Nur, hier ist es irgendwie langsamer als bei mir. Vielleicht war es einfach zu schnell. Keine Ahnung. Naja, es heißt ja schließlich TurboPack. Und es gibt irgendwie... Puck-Live-Bundle. Ja, TurboPack. Super Space Puck. Super Mega Neo Puck. Und es gibt auch noch irgendwie 3D-Pack. Fantastic Puck-Graphics. Amazing Puck-Gameplay. Brilliant. Puck-Musik. Puck. Äh... Not a game I would play on Steam but on phone, yes. It's an endless run... Ja, okay. This is ja langweilig. It's like Flappy Bird but including giving free... Äh... Cesar to the Aces. Boah, das ist so... What the fuck? Äh... Ähm... Ich möchte, dass ihr das genauer seht. Schaut euch diese Spielzeit an! Schaut euch diese verdammte Spielzeit an! Was zur Hölle geht mit den Leuten ab? Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Ich hab 10 Minuten gespielt und hab's jetzt schon... Ja, halbwegs satt. Ähm... Wo war das mit Anzeigen? Lustig. So, ich wollte mal schauen, was es da gibt. After playing this game, I've stopped caring about forward 4. Fünfzehn Stunden! Pros, has pucks, has music, has cats, has more pucks, cons, needs more pucks. 10 of 10 wird puck, again! Was gonna get forward 4, but then I realized this was out. I wanted to buy my son Fallout 4, but this will do. Warum sind hier alle so Fallout 4 drauf? Kam das während Fallout 4 raus? Ja, gut möglich. Ich meine, 9. November 2015. Fallout... Äh... 4? Ja, 10. November 2015. Das kam einen Tag vor Fallout 4 raus. Ja, Leute, kostet 1 Euro, also... Wer will, kann es nicht holen und dann Spaß haben. Hat auch ganz niedrige Voraussetzungen. Ich liebe es. Full HD 60 FCS. No Bugs. Many Pucks. Das wäre auch so ein super Spiel für diese ganzen Konsolen vs. PC. Videos oder Sätzen oder sonst was so. Das ist der PC-exklusive Titel überhaupt. Ich feier das gerade. Game of the Year, right here. This game has 10.000 more pucks than most games. You can jump, you can be a cat, but you should be a puck. Need graphics, forget Crysis. This is the new benchmark in the high-end PC gaming. Get cold or get wrecked. This is a serious game. MLG 2017. Und was weiß ich. Schau da mit zu. Ich kann mich drüber machen. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Ich kann nicht mehr, Leute. Also. Holt es euch. Holt es euch auf jeden Fall. Schickt mir Videos von eurem Highscore. Ihr kriegt. Keine Ahnung. Irgendein Spiel kriege ich. Die schenke ich dann euch aus meiner Ambeliste. Könnt euch da was aussuchen. Es ist ein paar Schönes dabei. Ich freu mich auf eure Highscores. Auf Wiedersehen. Falls es euch gefallen hat. Lasst es mich wissen. Und teilt dieses Video gerne. Vielleicht machen dann mehr Leute mit. Auf Wiedersehen. Euer Sandro.